Ja, der sieht auf jeden Fall sehr vertrauenserweckend aus. Wow. Ernsthaft? Okay. Hier ist ein Feuer. Okay. Dieses Fass, wir haben nichts mehr. Toll. Hat man nichts mitgenommen oder was? Ein... Nichts. Okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal einen Stock finden. Gehen wir erstmal ins tolle Dorf. Und schauen uns das nächste Wimmelbild an. Die Uhr. Glas mit Wein. Eine Prezel. Wo ist denn die Prezel da? Äh... Wie ist das nochmal die von dem? Bull. Da ist der Bulle. Eine Fork. Razer. Razer ist ein Messer, oder? Ja. Oder Rasierer. Wie auch immer. Baseball. Baseball. Genau. Mushroom. Und hier ein Pilz. Ach da. Ich bin auf dem Rasen. Ein ägyptisches Portrait. Warte mal. Kann man noch hier... Zusammen basteln das Ding. Machen wir was haben. Äh? Ach da. Das war dein... Ach das war das... Der Teller. Ach das ägyptische Portrait ist da. Die Schere. Und ein Foto der Sonne. Aha. Und wir haben den Rasiermesser bekommen. Okay. Wieder Karten. Da lagen eben auch schon Karten rum. Ja, der Broom. Das ist... Das ist von mir attached. Off to the Broom. Jawoll. Wir haben jetzt das tolle Rasiermesser. Entschuldigung. Okay. Wieder ein tolles Schloss. Weil alle haben hier so tolle Schlösser in ihren Taschen. Gut. Dann gehen wir erstmal und holen uns die... Die Grepe. Guck an. Ah. Was habe ich jetzt auch gerade zu gut gesehen? The cartridge needs something to hook it with. Hm. Okay. Wir brauchen einen kleinen Haar. Haken. Geht das nicht hier rein? Nein. Okay. Aber reinhaken hier. Nein. Gut. Warte mal mit der... Kann man das vielleicht? Nein. Kann man nicht. Okay. Also hier müssen wir später nochmal zurück dann. Schauen wir erstmal was dieser Typ hier zu uns zu sagen hat. Nichts. Er geht einfach. Okay. Schlüssel. G'day. Ach. Entschuldigung für dich von deinem Arbeit. Aber ich brauche deine Hilfe. Könntest du ein paar meiner Fragen stellen? Okay. Da ist sehr gesprächig der Typ auf jeden Fall. Abschneiden ist zu kurz. Äh. Es ist zu lang. Okay. Okay. Da können wir noch irgendwas machen. Hier ist äh. Äh. Eine Kette vor. Ah. Entschuldigung. Ich musste niesen, wie man gehört hat. Ich glaube ich bin ein bisschen verschnupft. Ähm. Auch wieder so ein tolles Symbol. Können wir mit dem Seil sauber machen. Oder mit dem Seemesser sauber kratzen. Natürlich nicht. Ah. Was ist denn hier? Ach der ist tot. Okay. Starten wir einfach raus. Karkis. Komm. Ja. Genau. Soll ich verarschen? Das sind doch Karkis. Karkis. Hahaha. Äh. Hä? Hä? Hm. Kannst du mich verarschen? I need the key to turn on the car. Genau da für nehmen wir die Autoschlüssel. wir müssen wahrscheinlich erst einen stein da drauf packen wir müssen den erst mit dem austragen ok dann müssen wir noch mal zurück gehen und was haben wir noch für sachen so kann man jetzt kaputt machen? ist jetzt schon kaputt? verbute ich hier was mir passiert vielleicht mit dem Brett kann man das jetzt erreichen jawoll ah toll da brauchen wir jetzt ein behältnis ok ist natürlich jetzt herr gott sei es aus können wir nicht ein ding zu nehmen? von sehtmesser das hilft uns bestimmt ok also hier können wir erst mal nichts mehr machen anscheinend hier brauchen wir diesen besonderen schlüssel den wir nicht haben hier brauchen wir auch einen besonderen schlüssel den wir nicht haben hier brauchen wir ziemlich verarschen ist das eine kette aus seil vielleicht? nein schade komm her einfach also irgendwas müssen wir hier machen ok das sind nur dings hinter das sieht man wir müssen aber erst die scheibe sauber machen oder? ja wir müssen die erst sauber machen mit dem Rasierwasser gaspattel ja das gibt es doch nicht wir müssen ach komm ey es wird ja noch schwerer das spiel was ist der im ernst jetzt hier? blockt sehe ich auch ach so oh das war ja auch ne hallo ein schwamm gut da füllen wir das benzin rein einen crowbar wir sind ja bei half life deswegen crowbar ok mit dem schwamm können wir auf jeden fall die scheibe sauber machen ok wir müssen den schwamm wahrscheinlich erst nass machen das wäre ja auch eigentlich irre sinnvoll oder? ja doch was haben wir denn alles mit der crowbar können wir die kette kaputt machen? ah können wir das fass aufmachen? jawoll wir kommen weiter in diesem spiel wir kommen weiter ja oh boah da ist ein fisch drin das ist ja egal das ist ja ekelhaft ey wie lange ist der schon drin? kann man den? kann man den? kann man den? ach der hat da einen fischhaken ok können wir hier noch irgendwas machen? mit dem schlüssel irgendwas? ach natürlich nicht so aber mit dem haken können wir erstmal das ja ja was können wir doch hier noch machen? hm na vielleicht später wir schauen erstmal äh hier äh äh gucken wir erstmal hier rein ok das scheint zu sein das scheint zu sein zu sein für Camilla Brooks zu sein ich hoffe wenn ich das Dokument dem Mortician zeige dann wird er ein paar Fragen für mich geben ok voll cool voll die geheimdokumente und so ähm ach ja jetzt können wir die Scheibe sauber machen das wollte ich auch machen hm hm ja ich bin Camilla Brooks' Neuse ich bin hier für den Koffer und für ihren verletzten husband wir müssen also die Nägel vorsichtig raus machen mit der crowbar ok ok lockt ich brauche äh ähm ähm erstmal zeigen wir dem Typen die Dokumente müssen wir mal hin ich bin Camilla Brooks' Neuse ich bin Camilla Brooks' Neuse ich bin hier für den Koffer und für ihren verletzten husband Herrn mein trott angst seit ich bin auf diese früte Oh nein. Das ist eine Bildung von Matt. Der witzige Mortizier muss wissen, was er hat. Ich brauche eine Erklärung. Mit Dämon. Er hat mich durchschaut. Oh mein Gott. Das wird er tun. Okay, jetzt kann er zugucken, wie wir die Kette zersägen. Ja, so schnell geht das in echt aber nicht. Das ist gelogen. Okay, hier fehlt wieder was. Ah, der Kanister für das Benzin. Das geschmackt toll. Mit dem Schlüssel können wir, glaube ich. Genau. Alter, was ist los? Eine Sicherung. Können wir die hier reinpacken? Yes. Eine Bibelbild. Was ist das denn hier? So schnell müssen wir das lösen? Natürlich nicht. Hä? Ach so. Äh. Okay. Das ist ziemlich einfach, finde ich. Das ist ein Schuss. Ähm. So. 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 ok jetzt muss man zurück in den shop von dem typen vorher müssen wir ihn erschießen mit dieser schruttflinte die wir nicht laden können wird irgendwas damit schneiden wir in dem finger ab ganz klar okay was können wir mit der kurie zerschneiden ja können wir cool jetzt aber ein trichter gekommen ok machen okay ich habe mich verlaufen die brauchen den trichter achso wir brauchen erstmal ein kleines rädchen um das ding auch anzumachen schlubbach